Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokemon Bloody Bloody Normal One. Jetzt muss ich kurz überlegen. Naja, gut, egal. Äh nein, ich habe das Fahrrad. Was tue ich denn? Ah ja genau, das war mein Team. Ich habe es nicht vergessen, jetzt über den ungefähr ein Level würde ich nochmal wissen. Jetzt würde ich mich hier noch ein bisschen umschauen. Aha. Mach mal, Rückkehr. Los, der Schneider, das sollte... Ich reiche, ich weiß. Du Trainer. Ich habe dich schon besiegt, okay. Ich weiß, was ich wann, aber okay. Ah, ja, Giraffarik. Komm mal her. Ich mache mal Vorsicht, selber genug der Schneider. Das möchte ich jetzt nämlich fangen. Neues Pokemon für mein Normalteam. Ähm, nein. Weiß dich jetzt aber noch nicht so drüber war. Ich merke, ich habe keinen guten Bälle. Okay. Ich werde die Geschwindigkeit jetzt mal runter machen müssen. Das ist schon besser. Jetzt ganz ruhig. Ja, das klappt super. Hm. Komm, ich habe es nicht. Ich habe es sogar Jelebi gefangen, oder nicht? Ich muss doch mehr Ball. Ja, der Ball funktioniert auch toll. Gewissheit. Warum habe ich keinen besseren Bälle, verdammt nochmal. Danke. Giraffarik wurde gefangen. Ja, ein Giraffarik. Ist schön. Es kann sich in beide Richtungen verteidigen, da der Kopf auf sein Schweif ein krankes Gehirn besitzt. Okay. Nein, kein Spitzname. Also, ich habe es nicht gedacht, dass ich so was war, aber eben die Richtungen sind zu schnell. Was kann das denn? Agilität, Zichtra, Stafette, Gewissheit. Aha. Ist jetzt okay, ja. Ich muss aufwachen. Wesen-mäßig ist es nicht sogar gut für Giraffarik. Der Speziellgriff ist auf jeden Fall nicht schlecht. Mal, ein Gruff. Naja, es geht. Hm. Ja, Giraffarik. Giraffarik ist ja auch noch normal Pokémon. Normal Psycho. Ich denke, das könnte mir gegen so manche Kampf- oder Gift-Pokémon doch ganz gut helfen. Die sollen das Kampf-Pokémon da... Normal Pokémon ja nicht schwächig dagegen haben. Gegen Kampf-Attacken haben wir, na gut. Ich hätte da auch noch ein Starobtop-Pflug-Attacken. Aber ich denke, das kann auf jeden Fall nicht schaden. So, das ist erstmal gehalten. So, das kann ich mal nach vorne machen. Das ist heftig. Das Ei habe ich auch noch. Okay. Geht mal kurz einkaufen. Ja, mal gucken, ob du mir helfen kannst. Oh, ich denke, es gibt nicht mehr... Es gibt doch keinen besseren Pokémon. Kein Wunder, dass ich keine habe. Super-Tränke habe ich 20. Das spart ich mir das Geld für die nächste Stadt. Herzhofen, also. Ich verlege jetzt gerade... Hm, was hatte ich da jetzt wirklich alles schon gemacht? Anscheinend, ja. Einen Trainer hatte ich ja schon. Mal wieder ein Pantimus. Okay. Los, Girafarik. Ich will jetzt sehen, was du kannst. Gewissheit. Sie strahlen. Erst sollte ich nicht viel abziehen. Nö. Ist okay. Es ist eigentlich genau... Wow. Cool. Ich hatte noch nie so ein Girafarik im Team. Aber ich dachte immer jetzt mal, ja, ich mach doch nochmal Alwarn. Warum denn nicht? Da ist das vielleicht ganz praktisch mit dem Typ. Mit dem Typ Kombination. Ja, kriegt ganz gute Erfahrungspunkte. Ähm. Mal gucken, dann habe ich etwas, was ich Ihnen geben könnte. Das tut man an sich nicht. Ja, da kommt gerade eine Idee. Die Sanftklocke geben. Die könnte ich erstmal für das erste Visenia geben. Der wird seine Rückkehr stärker. Ich werde hier schon es gewesen zu sein. Sorry, ich weiß das echt nicht mehr, weil es ist schon ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Ja, ich war hier anscheinend schon. Ich könnte nochmal kurz reingehen. Ja, da kann ich sowieso nicht rein. Ja, ich war hier schon. Okay. Flüffelow ist ein normaler Pokémon. Könnte ich fangen, aber... Nein, danke. Irgendwie kein Interesse. Ich habe nicht mehr Lust, dagegen zu kämpfen. Girafarig, so. Erstmal wechseln wir es mal ein bisschen um. Ja, so ist es okay. Agilität. Das könnte man ganz gut kombinieren. Ja, ich kann ein Pokémon schneller haben. Für den Kampf. Egal, jetzt kommt er wieder, Girafarig. Das ist doch gar nicht so selten zu sein. Da kommt es ja nicht irgendwie auch mal. Das ist natürlich schneller. Das ist nicht so gut. Gut, wir wechseln wir mal, Diva. Ja, ich glaube, es ist halt... Wow, ein Freutreffer. Und Rückkehr. Wow. Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte ruhig... Rückkammer... Ich kann mich sehen hier. Aber ich wollte dir auch noch mal sicher gehen. Ach ja. Einfach kann sich halt nur... Wie sonst. Aber liegt noch... Bei Gast beim Pokémon... Und dann habe ich ja kein Neues dazu bekommen. Jetzt habe ich eigentlich mein drittes Teammitglied. Wurde ja auch Zeit. Mal sehen, wann die Nächsten kommen. Da bin ich mir gar nicht sicher, was für welche ich nehme. Aber ich sage es mal so. Was mal für die Flinte läuft... Das nehme ich dann auch vielleicht. Ja, was gut ist, für die Flinte läuft. So. Jetzt... Langsam sollte man eigentlich mal den Fahrradweg machen. Also los. Da bekomme ich wohl nicht... EP-Teiler sogar. EP-Teiler, ja. Sehr schön. Die gebe ich gleich Magira Fahrradweg. So kann es auch, falls ich das mal auswechseln muss. Ich muss ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Weil... Wir wissen ja nicht, was für Pokémon die drinnen jetzt noch haben. Aber ich glaube, wir kommen viele... Feuer, Flug... Oh, direkt Pokémon. Dann wird der Girafarig aber klarkommen. Rech. Alles gut, Heile. Wie ihr seht, das macht die Spottage. Ja. Sperren habe ich eigentlich über die Ems. Mhm. Ja, ich gebe dir mal... Wohl... Hm. Ich muss doch nicht irgendwas zu tragen geben. Komm, einfach mal. Nee, eigentlich nicht... Oh, sorry. Mann. Ich lasse es kommen. Ist egal. Hey, Radfahrer oder Pokémon? Was befolgt suchst du? Pokémon. Wieso fragst du Pokémon? Skogla. Okay. Dann mach mal. Sichtwahl. Irgendwie schade das macht. Ja, das geht. Zornklinge geht daneben. Das ist aber schade. Für dich. Nicht für mich. Schützer. Na ja, was ging's da? Von daher. Oh, das Bände ist mit Gewissheit. Ich hab das recht jetzt. Natürlich nicht. Na gut, ich bekomme dafür jetzt nur Kräle-Schrei ab. Boah, so schöne Erfahrungspunkte. Goldbart. Goldbart. Ich hab vorhin gerade Schrei abbekommen, aber... Goldbart möchte ich mir jetzt nicht hingehen lassen. für Giraffaric. Bis. Ich hätte mir doch wechseln sollen. Dum, dum, dum. Gut, wir sehen hier. Rechte ist. Rechte Giraffaric. Ja, die Hälfte tut das gut. Konfustreie, das stecht. Natürlich, greifst du dich selbst dran. Na komm. Wir sehen hier, warum machst du das denn? Das ist nicht lustig. Tralalala. Hallo? Wir sehen hier. Ich müsste, glaube ich, ein Abendessen streichen. So geht's aber nicht. Natürlich, jetzt ist es nicht mehr verwirrt. Die ganze Zeit wurde es verwirrt, plötzlich selbst angegriffen. Das ist echt gut. Ich finde das nicht schön. Gibt's ein bisschen Level ab, finde ich. Ja, das ist ja mal etwas. Besiegt. Hey, du. Gar nicht schlecht. Oh, wie nett. Du, auch nicht. Das ist mein Giraffaric. Killed. Penno. Ach, der. Dings ist weg. Na ja, was soll's. Ja, ja. Mach ruhig. Ja, ja, das ist wieder die richtige Zeit dafür. Schön. Ich hab's ja gerade überlegt. Geben. Hier. Einfach nur so. Durchbrot. Ich hab's noch gehabt. Wann mal. So. Ich hoffe, ich muss nach dem nächsten Kampf nicht wieder ins Pokémon Center rennen. Das wäre ärgerlich. So. La, 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 la. So. Auf der Rastung sitzen ist ein tolles Gefühl. Es wird noch toller sein, nachdem ich hineinkampfe. Die. Vielen Dank.